Ja, die sind auch hier dabei, ne? Und, jetzt fangen wir ein bisschen an zu hüpfen. Und jetzt rufen wir mal. Hey, 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 hey. Jawohl, jawohl. Der Bock und der Miki machen mit euch heute Kinderparty-Show. Der Bock und der Miki und du gehörst dazu. Hey, 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 der Pong und der Miki, wir machen mit euch heute Kinderpannschuhe. Der Pong und der Miki, und du gehörst dazu. Hey, 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 jetzt schrieb uns, alle drehen sich, alle drehen sich im Kreis und rufen. Hey, 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 jawohl, und jetzt macht ihr alle mit, pass auf. Ja, als Baumeister ist Bob bekannt, macht auch Musik fürs Kinderland. Er kann toll spielen, mal dies Mal das, und dabei geben wir richtig Gas. Mit Miki spien, was es funktioniert, da gibt es keinen, der euch noch rett. Ja, groß und graf, der am Tier, mit unserem Miki, da geht es an. Der Bob und der Miki, die machen mit euch heute Kinderpreis-Show Der Bob und der Miki, und du gehörst dazu Der Bob und der Miki, die machen mit euch heute Kinderpreis-Show Der Bob und der Miki, und du gehörst dazu Und dann dreht ihr schon mal rum Und hey, 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 hey Lauter Hey, hey, hey Ja toll habt ihr das gemacht, bravo Die großen müssen applaudieren